Hallo meine lieben Kreativen! Ja, ich bin heute mal im Wohnzimmer am Drehen. Keine Ahnung, was der Hund gerade hat. Weiß ich nicht, der hat wieder... Ja. Auf jeden Fall kam Post an. Wie ihr es vielleicht schon sehen könnt, da steht Überraschung drauf. Es steht überall Überraschung drauf. Das ist nämlich mein Geburtstagsgeschenk von der lieben Satt. Und ja, ich freue mich und ich bin so gespannt, was da drin ist. Ja, es ist auf jeden Fall recht schwer. Recht schwer und ich bin mal so gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt ohne Schere auf, weil ich habe jetzt gerade keine Schere. Moment. Ich reiße einfach mal auf an der Seite. So. Gucken wir mal. Ja, da kommt auch direkt der Balou. Hallo Balou, mein Schatz. Hi Lulu. Ja, der Balou will mitdrehen. Schatzi, du musst aber leider weg jetzt. Ja, es ist gar nicht gewohnt, dass ich hier drin drehe. Ha, Schatz? So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall ein Bild. Ich sehe es schon. Ich sehe es, es ist ein Bild. Oh, ein großes Bild. Sap, was hast du gemacht? Sag mal. So, was ist denn da noch drin? Ein Bändel. Steine. Oh, da kommen noch mehr Steine. Moment. Ganz viele Steine und Bändel. Da sind so Wimpel drin. Guckt mal. Ups. Ja. Genau, die Kartoffeln lege ich erstmal zur Seite. Und die Bändels auch. Oh, es ist aber sehr viel schwarz. Sehr viel schwarz. Und Sap, du bist verrückt. Sap, du bist verrückt. Ich habe es gerade gesehen. Ich kriege Schnappatmung. Und ich brauche doch eine Schere. Moment. Ich hole mal gerade die Schere. So. Ups. Man sollte sie nicht wegschmeißen. So. Sap, du bist verrückt. Du verrücktes Huhn. Ja, es sind auf jeden Fall schon mal eckige Steine. Massig Steine. Sap. Was machst du? Wie geil. Wie geil ist das denn? Und auch noch so groß. Ja, also das Bild ist 80 mal 1,20. Und guckt mal, könnt ihr das sehen? Das ist das Bild, was ich mir personalisieren lassen wollte. Und die Sap hat es mir personalisieren lassen. Du bist doch echt, echt verrückt. Guckt mal. Ja, von Outlander. Weil ich stehe da total drauf. Ups. Jetzt kriege ich die Steine nicht mit. Steine gucken wir gleich. Ich muss jetzt erstmal den Druck gucken. Hilft nix. Ja, ich habe jetzt gerade extra eine Schere geholt, weil hier Klebestreifen drauf sind. Aber wartet mal. Gehen wir die auch so ab. Ne, ich schneide sie auf. Ja, jetzt muss ich jetzt so aufpassen, dass ich da nicht reinschneide. Ganz vorsichtig. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ja, das Bild ist auf einer Schaumstoffrolle. Ich mache es hier ganz vorsichtig. Damit nichts kaputt geht. Guckt mal. Seht ihr das? Oh. Sap. Was machst du? Was machst du? Oh mein Gott. Alina? Ich brauche dich mal gerade. Halt mal hier fest, bitte. Mach mal da. Mach mal da glatt. Ich kriege das kaum auf den Tisch. Seht ihr das? So, Moment. Einmal Steine drauf. Äh, ich brauche Platz. Sie war. Sap, du bist Banane. Echt? Oh, nee, ey. Ja, das Bild hat 50 Farben. Ich bin gerade so geflasht. So, ich muss jetzt gerade erstmal hier rüber. Ne, das brauche ich gleich wieder, Alina. So. Ich stehe gerade so raus veratmen. Das ist der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, das Bild hat 50 Farben. 80 mal 1,20. Ja, ich muss da auf jeden Fall gleich mal ein Foto von machen noch. Jetzt gucken wir aber erstmal, wie der Druck ist. Ich bin so gespannt. Ich muss jetzt hier nur aufpassen, dass mir jetzt kein Kater hier rüber latscht. Ähm, Alina, kannst du mal bitte hier festhalten? Hier festhalten. Pass auf, genau. Wie geil ist das denn? Guckt euch das mal an. Wie geil. Ja, ich ziehe es jetzt aber nicht komplett runter. So, ich mache jetzt mal gerade noch die andere Seite. Moment, einmal rum. Einmal rum, einmal rum. Muss erstmal hier der Wäscheständer zur Seite, der hier noch steht. Geh mal weg, Katze. Psst, geh mal weg. Ui, 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 ui. Sag, du machst mich fertig. So, wir machen jetzt nur den oberen Teil auf. Erstmal. So. Ich will gucken, wie das rauskommt. Boah, ist das der Hammer. Guckt euch das bitte mal an. Sap. Du bist der Wahnsinn. Krass. Also, wenn das fertig ist, das kommt bei uns ins Wohnzimmer. Lucky, halt den Mund jetzt. Das ist ja mal der Wahnsinn. So, ich mache das jetzt hier ganz vorsichtig zu. Das hänge ich auch am besten gleich direkt auf, damit ich da nicht wieder irgendwelche Falten drin habe. Wenn ich das jetzt mache. Huch. Wann machst du das Bild? Ich muss erstmal gucken wegen dem Hochzeitsbild, Alina. Das ist ja mal krass. Warte, wir machen jetzt gerade noch von unten. Weil ich will gucken wegen der Schrift. Ich blende euch auch gleich mal das Bild ein, wie das dann aussieht. Hammerhart. Hammerhart. Oh, hier ist nicht ganz gerade. Du sollst schon festhalten, Kind. Moment. So. Muss natürlich auch ganz gerade drauf sein. Hammerhart. So, warte, Alina. Jetzt tauschen wir einmal. Ich will gucken wegen der Schrift. Na, gucken wir uns gleich noch die Steine an. Kannst du jetzt eine Seite aufmachen? Ja, ich mach mal eine. Ich hab hier unten den... Moment. Hier ist noch das Tesafilm. So. Wir gucken. Wir gucken jetzt gerade eine Ecke. Weil hier unten... Ich sie schreit. ...steht nämlich... Outlander. Oh, wie geil ist das denn? Das ist ja mal der Wahnsinn. Ja, also auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja mal der Hammer. Ich bin ja mal gespannt, was der Micha gleich sagt. Wenn der das Riesenbild sieht. Der Hammer. Ja, wir gucken uns gerade noch die Steine an. Oh. Also echt saft. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich hab mit einem anderen gerechnet, aber nicht damit. Das ist der Burner. Wirklich. Du bist der Knaller. Ja, also wie gesagt, ich blende euch das Bild ein. Ne, hier seht ihr es nochmal. Ich fand das so schön. Vor allen Dingen, weil auch der Schriftzug... ...der Schriftzug da drauf ist. Die haben beide die schottische Kleidung an. Und das hat mir halt richtig gut gefallen. Und hier seht ihr die Steine. Ja, es sind eckige Steine. Und die Steine sehen top aus. Genauso wie bei dem letzten Bild, was ich von der SAP gekriegt hatte. Das war ja das mit dem Wald. Guckt mal. Es sind richtig klasse Steine. Boah. Der Burner. SAP, du bist der Knaller. Echt. Ja. Ich bin sprachlos. Also... Holla die Waldfee. Geil. Geil. Einfach nur geil. Ja, SAP, mein Schatz. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Der Lucky ist euch auch schon ganz aufgeregt. Gell, Lucky? Ja. Ja. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Tausend Küsschen. Muah. Und ich hab dich lieb, mein Schatz. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, muss ich gucken, wie ich das mache mit dem Painten. Weil auf dem Tisch drüben kriege ich es definitiv nicht. Ich denke mal, das wird dann eher ein Video geben, weil das muss ich von hier aus painten. Das kriege ich drüben nicht hin. Ja. In diesem Sinne, erstmal danke fürs Zusehen. Der Hund wird wieder unruhig. Und ja, ich mache jetzt noch die Fotos. Und schreibe jetzt gleich erstmal der Sub. Bis zum nächsten Mal. Chill. Tsch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020